In diesem Video geht es um vier wichtige Eigenschaften, die Funktionen haben können. Wir betrachten Periodizität, Monotonie, Beschränktheit und Umkehrbarkeit. Beginnen wir mit der Eigenschaft der Periodizität. Und wir betrachten dazu den Graph der Sinusfunktion, der ist hier angegeben. Und da stellen wir fest, wenn wir zum Beispiel an dieser Position sind und 2pi nach rechts gehen, dann haben wir den gleichen Funktionswert. Entsprechend hier auch, wenn wir hier sind, 2pi nach links gehen, haben wir den gleichen. Wenn wir nach rechts gehen würden, hätten wir wieder den gleichen Funktionswert. Das heißt, diese Sinusfunktion erfüllt die Gleichung, dass Sinus x das gleiche ist wie Sinus x plus 2pi. Sodass jeweils die gleichen Werte sind. Also wenn ich hier bin und 2pi nach rechts laufe, dann ist der gleiche Wert. Wenn eine Funktion eine solche Eigenschaft hat, dann heißt sie periodisch und die Sinusfunktion im Speziellen ist 2pi periodisch. Bedeutet, die Periode ist genau dieses 2pi. Gucken wir es einmal allgemein an. Da heißt es dann p periodisch. Und wir wollen eine Funktion f, die von einer Menge x nach r abbildet, p periodisch nennen oder periodisch mit Periode p. Also p gibt dann diese Periode eben an. Falls für alle x auch x plus p in dem Definitionsbereich der Funktion liegt. Also die muss dort auch definiert sein. Und die Eigenschaft gilt, dass f von x plus p gleich f von x ist. Für alle x im Definitionsbereich. Und ja, bei der Sinusfunktion zum Beispiel war das erfüllt. Da war p gleich 2pi. Bei der Kosinusfunktion ist das genauso. Wenn Sie hier bei der Kosinusfunktion, die hier dargestellt ist, wenn Sie hier starten, 2pi nach rechts laufen, haben Sie jeweils auch wieder immer den gleichen Funktionswert. Kosinus von x erfüllt auch die Eigenschaft. Kosinus von x ist das gleiche wie Kosinus von x plus 2pi. Auch die Kosinusfunktion ist 2pi periodisch. Diese Periodizität gilt aber nicht für alle trigonometrischen Funktionen. Beim Tangens sieht das Ganze nämlich anders aus. Beim Tangens müssen Sie nicht so weit laufen. Da reicht es, wenn Sie pi weiterlaufen. Und die Tangensfunktion ist deshalb pi periodisch. Weil es gilt eben, Tangens x ist das gleiche wie Tangens x plus pi. Und das sind auch schon die typischen Beispiele für periodische Funktionen. Eben die trigonometrischen Funktionen. Die nächste Eigenschaft hat den Namen Monotonie. Und dazu gucken wir als Beispiel einmal zuerst die E-Funktion an. Das hier ist der Graph.de-Funktion. Und der Graph.de-Funktion hat die Eigenschaft, dass wenn ich hier an so einer Stelle x1 bin und einen Funktionswert bestimme e hoch x1 und ich dann ein zweites x2 wähle, was rechts davon nicht ist, was also echt größer ist und ich dann davon den Funktionswert bestimme, in dem Falle e hoch x2, dann gilt eben, dass e hoch x1 kleiner ist als e hoch x2. Das heißt, wenn die x-Werte entsprechend der eine Wert kleiner ist als der andere, dann ist entsprechend der y-Wert bzw. der Funktionswert auch entsprechend kleiner. Also hier auf den Spezialfall für die E-Funktion gilt, dass für alle x1 kleiner x2 auch immer gilt, dass e hoch x1 kleiner e hoch x2 ist. Und wenn eine Funktion eine solche Eigenschaft hat, dann nennt man sie streng monoton wachsend. Und wenn das auf einem gewissen Intervall der Fall ist, nennt man sie entsprechend auf diesem Intervall streng monoton wachsend. In dem Falle ist sie auf ganz R streng monoton wachsend, weil völlig egal, welche Punkte ich auswähle, welche zwei Stellen, es gilt immer in dieser Eigenschaft. Es gibt aber nicht nur streng monoton wachsende, sondern es gibt auch streng monoton fallende Funktionen. Und deswegen gucken wir das Ganze noch einmal präziser an, genauer an. Wir gehen davon aus, dass wir eine Funktion haben, f, die von einem Definitionsbereich x nach R abbildet. Und wir haben ein Intervall als Teilmenge von diesem Definitionsbereich. Das heißt, die Funktion muss auf diesem Intervall definiert sein, komplett auf diesem Intervall. Und wir nehmen dann zwei Elemente raus, x1 und x2, aus diesem Intervall, mit der Eigenschaft, dass x1 kleiner als x2 ist. Und wenn für alle Elemente, die wir so rausnehmen können, gilt, dass f von x1 kleiner gleich f von x2 ist, dann heißt f auf diesem Intervall i monoton wachsend. Wenn das ein echt kleiner ist, dann heißt es streng monoton wachsend. Also dann heißt f auf i streng monoton wachsend. Wenn f von x1 größer gleich f von x2 ist, das heißt der Funktionswert an der linken Stelle wäre größer als der Funktionswert an der rechten Stelle, dann heißt f auf i monoton fallend. Und wenn das wieder ein echt größer ist, dann heißt f auf i streng monoton fallend. Also streng bedeutet immer, dass die Gleichheit eben nicht erlaubt ist. Gucken wir das Ganze mal für den natürlichen Logarithmus an. Der Graph der Logarithmusfunktion, der natürlichen Logarithmusfunktion, ist hier aufgemalt. Und auch da gilt, völlig egal, wenn ich hier eine Stelle x1 und rechts davon eine Stelle x2 nehme, dann ist entsprechend ln von x1 kleiner als ln von x2. Und das gilt für den gesamten Definitionsbereich des Logarithmus. Das heißt, die Logarithmusfunktion ist in dem ganzen Definitionsbereich, was in dem Falle r plus ist, streng monoton wachsend. Gucken wir als nächstes Beispiel einmal die Sinusfunktion an. Bei der Sinusfunktion ist es ja so, dass die rauf und runter geht. Das heißt, die ist nicht auf ganz r monoton wachsend oder fallend. Aber wir können eine Einschränkung treffen. Wenn wir die Sinusfunktion nur auf einem bestimmten Intervall betrachten, dann kann das anders aussehen. Wir machen das einmal angenommen, wir betrachten die Sinusfunktion nur auf dem Intervall von minus Pi halbe bis plus Pi halbe. Wenn wir nur dieses Intervall betrachten, so wie man hier an dem Graphen gut sieht, da ist die Funktion tatsächlich streng monoton wachsend. Und das werden wir später brauchen, wenn es um die Umkehrfunktion geht. Also die Funktion Sinus x ist auf dem Intervall von minus Pi halbe bis Pi halbe streng monoton wachsend. Die nächste Eigenschaft heißt Beschränktheit. Und dazu gucken wir einmal folgende Funktion an. Und zwar 1 durch x² plus 1. Der Graph ist hier angegeben. Wenn Sie scharf hingucken, was für Werte können rauskommen. Na ja, wenn man bei der 0 ist, dann haben wir offensichtlich den Fall, dass x gleich 0 ist. Dann steht hier 1 durch 1. 1 durch 1 ist 1. Also die Funktion ist da definiert. Das ist gar kein Problem. Der Nenner selber kann niemals 0 werden, weil x² plus 1 ist immer echt größer 1. Immer größer gleich 1, aber echt größer 0. Also kann der Nenner nie 0 werden. Deswegen ist dieser Ausdruck überall definiert. Aber die Werte, die angenommen werden können, das sind natürlich nicht alle. Der höchste Wert, der angenommen werden kann, ist die 1. Und der kleinste Wert, das ist die 0. Aber die 0 selber kann nicht angenommen werden. 0 selber kann nicht rauskommen. Aber wenn x groß wird, also wenn man hier so weitergehen würde, wird der Bruch immer kleiner werden. Das heißt, dieser Funktionswert wird immer kleiner. Läuft gegen 0, ist aber immer echt größer 0. Und was man an der Stelle sieht ist, dass dieser Funktionswert, dass der immer echt größer 0 ist und kleiner gleich 1 ist. Man sagt dann, dass diese Funktion nach unten durch die 0 beschränkt ist, weil kleiner als 0 kann es nicht werden. Die Funktion ist auch nach oben beschränkt durch die 1, weil größer kann es auch nicht werden. Und wenn sie sowohl nach unten als auch nach oben beschränkt ist, so wie es in diesem Fall der Fall ist, dann heißt es eine Funktion beschränkt. Und auch das gucken wir noch einmal formal an. Definition Beschränktheit. Angenommen, wir haben eine Funktion f, die bildet sich wieder ab von einem Definitionsbereich x in die reellen Zahlen, dann heißt f nach unten beschränkt, wenn es ein ku gibt, für unten, sodass für alle x im Definitionsbereich gilt, dass f von x größer gleich ku ist. Also kein Funktionswert darf echt kleiner als ku sein. Wenn es sowas gibt, dann nennt man ku untere Schranke von f. Das ist hier an der Stelle sicherlich der Fall, weil kein Funktionswert kann jemals kleiner als 0 sein. f heißt nach oben beschränkt, wenn es ein ku gibt, also für oben, so dass wieder für alle x aus dem Definitionsbereich gilt, dass f von x kleiner gleich k0 ist. Kleiner gleich k0. Und wenn es sowas gibt, dann nennt man k0 obere Schranke. Und das ist hier durch die 1 der Fall. Es gibt keinen Funktionswert, der echt größer als 1 ist, deswegen ist 1 eine obere Schranke. Und zum Abschluss, eine Funktion heißt beschränkt, wenn sie sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist. Schranken gibt es jetzt ganz viele. Also die 1 ist eine obere Schranke. Die 42 wäre aber auch eine obere Schranke, weil es keinen Funktionswert gibt, der größer als 42 ist. Und entsprechend wäre auch die minus 5 eine untere Schranke, weil es keinen Funktionswert gibt, der echt kleiner als minus 5 ist. Das sind natürlich alles mögliche Schranken, aber wir wollen häufig die am nächsten dran liegende Schranke haben. Und die haben dann einen speziellen Namen, die nennen sich dann Supremum und Infimum. Und die Definition sagt einfach, die größte untere Schranke heißt Infimum und die kleinste obere Schranke heißt Supremum. Gucken wir das einmal für dieses Beispiel an. Wie eben schon gesagt, die Funktion f wäre auch durch minus 5 nach unten beschränkt, aber minus 5 ist nicht die größte untere Schranke. Die größte untere Schranke ist die 0. Und deswegen ist die 0 an der Stelle das Infimum und die 1 ist das Supremum, weil das ist die kleinste obere Schranke, die wir wählen können. Jede Zahl, die noch kleiner wäre, ist keine obere Schranke mehr. Und entsprechend bei der 0, jede Zahl, die echt größer als die 0 ist, wäre keine untere Schranke, weil der Funktionswert da drunter fahren kann. Und wir kommen jetzt zu der letzten Eigenschaft, zur sogenannten Umkehrbarkeit. Und für die Umkehrbarkeit brauchen wir im Wesentlichen die strenge Monotonie, also die wird uns helfen. Denn es gilt von der Regel, streng monotone Funktionen sind umkehrbar. Also Funktionen, die auf einem Intervall streng monoton sind, hierbei ist es jetzt egal, ob sie wachsend oder fallend sind, die sind dort automatisch injektiv. Und weil sie injektiv sind, sind sie umkehrbar. Injektiv heißt, dass zwei x-Werte nicht auf den gleichen y-Wert abgebildet werden. Das wiederum würde beim Umkehren ein Problem geben. Das ist also bei injektiven Funktionen nicht erlaubt. Und solche streng monotonen Funktionen, die sind umkehrbar. Gucken wir das Ganze am Beispiel der Sinusfunktion erstmal an. Die Sinusfunktion, die habe ich hier dargestellt. Das ist die Sinusfunktion. Die Sinusfunktion ist nicht auf ihrem gesamten Definitionsbereich streng monoton. Hatten wir ja vorher schon gesehen. Aber auf dem Intervall von minus Pi halbe bis plus Pi halbe, dieses Stückchen hier, das grüne, auf diesem Stück ist die Sinusfunktion streng monoton steigend. Das heißt, da wird jedem x-Wert zwischen minus Pi halbe bis Pi halbe genau einer und nicht mehr y-Wert zugeordnet zwischen minus 1 und 1. Das bedeutet, nach der Regel von eben, die Funktion ist umkehrbar und die Umkehrfunktion hat einen speziellen Namen und das ist die Arcus-Sinusfunktion. Tatsächlich ist es so, dass die Arcus-Funktionen generell die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen sind, wobei man immer Einschränkungen auf ein geeignetes Intervall treffen muss. Also wir haben hier, sind wir gestartet mit der Sinusfunktion. Wir haben die Sinusfunktion eingeschränkt auf das Intervall von minus Pi halbe bis plus Pi halbe. Hier. Das ist das, was hier steht. Weil nur auf diesem Intervall die Funktion streng monoton steigend ist. Und sie bildet dann ab auf das Intervall von minus 1 bis 1. Und wir können dann die Funktion umkehren. Das Umkehren entspricht grafisch der Spiegelung an der sogenannten Winkel halbierenden. Das ist die Gerade, die einfach dadurch entsteht, wenn Sie die Funktion f von x gleich x sich angucken. Wenn Sie daran den Graph der Funktion spiegeln, sehen Sie hier, dass es wirklich die Spiegelung ist, dann bekommen Sie den Graph der Umkehrfunktion und die Umkehrfunktion, da vertauscht sich dann genau Definitions- und Wertebereich. Die Arcus-Sinus-Funktion, die hat einen Definitionsbereich von minus 1 bis 1. Das ist das, was man da reinstecken darf. Das sieht man hier. Von minus 1 bis 1 dürfen Sie Sachen reinstecken. Warum ist das so? Na, weil bei der Sinus-Funktion ursprünglich nur Werte rausgekommen sind, die zwischen minus 1 und 1 sind. Folglich ist das das Einzige, was Sie reinstecken dürfen bei der Umkehrfunktion. Liefern tut die Arcus-Sinus-Funktion ein Winkel zwischen minus Pi halbe bis plus Pi halbe. Jeweils den entsprechenden zu dem Wert aus dem Intervall von minus 1 bis 1. Und hier sieht man eben sehr schön, dass sich das entsprechend genau umkehrt oder vertauscht. Gucken wir als nächstes Beispiel die Cosinus-Funktion an. Die ist hier dargestellt. Die habe ich auf dem Intervall von minus Pi bis plus Pi einmal dargestellt. Und Sie sehen, diese Funktion ist auf dem Gesamtintervall nicht monoton. Weil hier wäre sie monoton steigend, hier ist sie monoton fallend. Aber sie ist auf diesem Teilintervall zwischen 0 und Pi. Da ist sie streng monoton fallend. Und deswegen ist sie auch nur auf dem Intervall umkehrbar. Auf dem Gesamtintervall von minus Pi bis plus Pi natürlich nicht. Weil, stellen Sie sich vor, Sie würden wissen wollen, naja, für welchen Wert ist denn der Cosinus 0? Na ja, da käme ja der Wert Pi halbe in Frage. Da käme aber auch minus Pi halbe in Frage, wenn wir das Intervall nicht entsprechend einschränken würden. Das heißt, wir müssen das einschränken, damit wir zu jedem Bild, also in dem Fall zum Beispiel zu der 0 genau ein Urbild bekommen, also das Urbild ist, was bildet darauf ab, in dem Falle Pi halbe und nicht etwa zwei Stück, nicht etwa minus Pi halbe noch mit dazu. Deshalb die Einschränkung. Aber auf dem Intervall von 0 bis Pi ist der Cosinus strengmonoton fallend. Der Sinus war auf dem Intervall entsprechend strengmonoton steigend, bei strengmonoton fallen funktioniert es aber genauso. Die Cosinus-Funktion ist also umkehrbar, die Umkehrung der Cosinus-Funktion nennt sich Arcus-Cosinus-Funktion. Und der Cosinus, den haben wir eingeschränkt von 0 bis Pi und der liefert dann auf dem Intervall von 0 bis Pi hier, liefert der Cosinus einen Wert zwischen 1 und minus 1. Das ist das, was hier steht. Und die Umkehrung, die Arcus-Cosinus-Funktion, auch hier wieder durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden entstanden, die bildet dann ab von minus 1 bis 1. Das ist der Bereich hier. Das ist ja die Arcus-Cosinus-Funktion, die bildet ab von minus 1 bis 1 auf den Wertebereich von 0 bis Pi. Das ist das, was rauskommen kann. 0 bis Pi. Bei minus 1 kommt entsprechend Pi raus, bei 1 kommt entsprechend 0 raus. Und das ist auch genau das, was rauskommen soll. Weil Cosinus an der Stelle 0 ja 1 ist, das heißt, der Arcus-Cosinus und wenn man da die 1 reinsteckt, dann muss sie die 0 liefern. Und als dritte Funktion betrachten wir natürlich noch den Tangens, dritte trigonometrische Funktion und auch die hat eine Umkehrfunktion, den sogenannten Arcus-Tangens. Und auch dazu müssen wir eine Einschränkung machen. Wir brauchen wieder ein Intervall, auf dem die Funktion streng monoton in dem Falle steigend ist und da gucken wir das Intervall von Minus-Pi-Halbe bis Plus-Pi-Halbe an. Achtung an der Stelle, das ist jetzt hier ein offenes Intervall, das heißt, die Grenzen Minus-Pi-Halbe und Plus-Pi-Halbe sind nicht mit drin, weil für die ist der Tangens nicht definiert, weil wir würden ja durch Null teilen, sie ändern sich. Gut, die Umkehrfunktion, auch da ist es so, dass sich Definitionsbereich und Wertebereich genau vertauschen, das heißt, der Akustangens liefert einen Wert zwischen Minus-Pi-Halbe und Pi-Halbe, das sieht man hier, liefert immer einen Wert dazwischen, aber dort kann man jetzt jede reelle Zahl reinstecken, weil der Tangens jede reelle Zahl liefern würde, hier auf dem Bereich, liefert er jede reelle Zahl zwischen Minus-Pi-Halbe und Pi-Halbe. Und zum Abschluss machen wir noch ein kleines Rechenbeispiel, wo wir tatsächlich einen Term herstellen wollen zur Bestimmung der Umkehrfunktion. Wir gehen jetzt an der Stelle davon aus, dass wir diese Funktion hier, r von x gleich x minus 2 in Klammern zum Quadrat plus 1, dass wir die umkehren wollen. Der Graph der Funktion ist hier dargestellt und Sie sehen, das ist eine verschobene Normalparabel. Und diese Funktion selber ist offensichtlich nicht auf dem gesamten Definitionsbereich umkehrbar, weil zum Beispiel für x gleich 1 das gleiche rauskommt wie für x gleich 3. In jedem Fall, in beiden Fällen nämlich 2. Das heißt, hier wäre Umkehrung nicht möglich, weil wenn wir 2 reinstecken, wüssten wir nicht, ob wir auf diese 3 hinaus wollen oder auf diese 1. Wir brauchen also ein Teilintervall, auf dem die die Funktion f, auf dem sie monoton, streng monoton in dem Falle wachsend ist. Und das Intervall ist offensichtlich von 2 bis unendlich. Also, ich schreibe das mal auf. f ist streng monoton Ton wachsend auf dem Intervall von 2 bis unendlich. Also, dort umkehrbar. Als nächstes brauchen wir den Wertebereich und den Wertebereich können wir aus dem Graphen auch schon schön sehen. Der läuft von 1 ebenfalls bis unendlich. Der Wertebereich Wertebereich ist von 1 bis unendlich wieder. Also, ist das Intervall von 1 bis unendlich. Also, wir betrachten die Einschränkung von f. also, wir betrachten f jetzt als Funktion und diese Funktion bildet ab von 2 bis unendlich nach 1 bis unendlich. Wir bestimmen jetzt dafür, wir bestimmen jetzt die Umkehrfunktion f hoch minus 1. Das hat nichts mit 1 durch oder so zu tun. Das ist einfach das Symbol für die Umkehrfunktion und diese Umkehrfunktion die wird dann abbilden von 1 bis unendlich auf das Intervall von 2 bis unendlich. Und dazu rechnen wir einfach mal aus. Wir starten mit der Definition y ist gleich x minus 2 in Klammern zum Quadrat plus 1. Das können wir direkt umformen. Das wollen wir jetzt auflösen nach x. Das heißt, wir bringen die 1 auf die andere Seite und steht y minus 1 ist gleich x minus 2 in Klammern zum Quadrat. Um das Quadrat wegzubekommen, bestimmen wir die Wurzel und an der Stelle, damit das funktioniert, wollen wir keine negativen Wurzeln haben, aber das hier, das ist der Wert für y, der Wertebereich für y, also ich schreibe das einmal daneben, das ist y, dass dieses y, dass das im Bereich zwischen 1 und unendlich liegt. Das heißt, wir wissen hier an der Stelle y ist auf jeden Fall größer gleich 1. Weil y größer gleich 1 ist, ist y minus 1 auf jeden Fall nicht negativ. Das heißt, wir können völlig gefahrlos an der Stelle die Wurzel bestimmen. Das ist also Wurzel y minus 1 gleich Wurzel aus x minus 2 in Klammern zum Quadrat. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, warum ich da so das so ein bisschen merkwürdig aufgeschrieben habe. Das liegt an den Vorzeichen. Ich habe etwas, was ich quadriere und wenn ich daraus hinterher die Wurzel bestimme, dann ist es nicht so, dass es wegfällt, sondern das ist so, dass dann ein Betrag entsteht. Also die Wurzel aus x minus 2 in Klammern zum Quadrat ist der Betrag von x minus 2. An der Stelle hilft uns aber die nächste Eigenschaft. Wir wissen nämlich, ich markiere das mal, dass unsere x-Werte, das sind ja die hier, das sind die x-Werte, da wissen wir, dass x auf jeden Fall größer gleich 2 ist, weil das soll ja in dem Intervall zwischen 2 und unendlich liegen. Weil das aber so ist, deswegen können wir die Betragsstriche weglassen. Also das ist das gleiche wie x minus 2 aus dem Grund eben, weil wir hier wissen, dass x größer gleich 2 ist. und damit können wir das Ganze auflösen und wissen, dass x das gleiche ist wie Wurzel aus y minus 1 plus 2. Und damit können wir die Umkehrfunktion aufschreiben können, also aufschreiben, dass f hoch minus 1 von y gleich Wurzel aus y minus 1 plus 2 ist. Und wenn Sie wollen können, kann man dann jetzt noch entsprechend das y durch ein x ersetzen, damit man wieder ein Parameter in x hat. Aber auf diese Weise kann man dann die Umkehrfunktion eben bestimmen. Also ich fasse nochmal zusammen, wenn man eine Funktion umkehren will, muss man zuerst einen Teilbereich finden, einen Teilintervall finden, auf dem die Funktion umkehrbar ist. Typischerweise ist das ein Intervall, auf dem die Funktion streng monoton ist, steigend oder fallend. Und dann kann man entsprechend dort die Umkehrung machen und in Fällen so wie hier kann man das Ganze algebraisch lösen, durch Auflösung von Gleichungen. Und das waren auch schon die vier Beispiele für Eigenschaften von Funktionen, insbesondere eben am Beispiel der Exponential- und Trigonometrischen Funktionen.